HFH aktuell am Donnerstag. Das sind unsere Themen heute. Gute Resonanz. Siebte Berufsfindungs- und Studienmesse war ein voller Erfolg. Moderne Technik für die Grundschulen. Vettelburg installiert die Schultafel 2.0. Boom für Reisemobile und Autoaktivitäten. Eine Rekordbilanz beim Caravansalon. Die Mode der 90er ist zurück. Trends der kommenden Saison. RFH. Informativ. Aktuell. Näher dran. Gute Resonanz. Siebte Berufsfindungs- und Studienmesse war ein voller Erfolg. Die Agentur für Arbeit in Halberstadt hatte wieder eine Großveranstaltung in der Schwannebecker Straße organisiert, die, wie in den vergangenen Jahren, sehr gut angenommen wurde. Ja, wenn wir heute bei der siebten Berufsmesse sind und das im Endeffekt schon fast über 15 Jahre insgesamt machen, bin ich einfach nur glücklich über die Resonanz in unserer Region. Wir sind die Messe im Landkreis Harz, die die größte Ausstellerzahl, die größten Besucherströme hat. Und ich wünsche mir einfach, dass es auch heute so bleibt, denn wir möchten unserer Region damit natürlich auch etwas zurückgeben als Agentur. Viele Jugendliche wissen noch nicht, welchen Berufs- oder Studienweg sie einschlagen wollen. Die Entscheidung für den neuen Lebensabschnitt ist nicht einfach. Viele Faktoren spielen eine Rolle. Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig zu informieren, um sich einen Überblick zu verschaffen. Fast alle Aussteller, die sich angemeldet haben, sind auch da, sodass wir gut über 120 Aussteller hier unseren jungen Menschen und deren Eltern, die sich dafür interessieren, was ihre Kinder zukünftig beruflich machen können, zur Verfügung stellen können. Und das Wetter spielt auch noch mit, sodass die ganzen Außenanlagen, die Trucks, die großen, die wir da haben, auch ausreichend besucht werden können. Und deswegen bin ich mit dem Start schon mal zufrieden. Das diesjährige Berufsberatungsjahr ist abgeschlossen. Nicht jeder hat seinen Traumberuf. Aber jeder hatte die Chance auf einen Ausbildungsplatz. Das sah in den vergangenen Jahren anders aus. Ja, das Ausbildungsjahr, das neue hat begonnen. Das alte Berufsberatungsjahr schließt jetzt gerade ab im September. Und wir haben eine Situation, die wir in den letzten 25 Jahren noch nicht zu verzeichnen hatten. Wir haben mehr Ausbildungsstellen in unserer Region als junge Menschen, die als Bewerber dafür zur Verfügung stehen. Allerdings ist es eben so, dass bestimmte Berufsbereiche, bestimmte Wirtschaftszweige beginnen, Schwierigkeiten dabei zu haben, junge Menschen als Nachwuchskräfte zu finden. Und das bedeutet auch, denen stellen Sie hier eine Plattform? Ja, klar. Wenn Sie durchs Haus gehen, wenn Sie sehen, wir haben versucht, berufs- und branchenübergreifend unsere Region, aber auch darüber hinaus, darzustellen. Und vor allen Dingen den jungen Menschen zu zeigen, dass das Handwerk, der Hotel- und Gaststättenbereich, aber auch der Metallbereich, um nur einige Beispiele zu nennen, hervorragende Chancen haben, hier in unserer Region eine Ausbildung, einen Beruf auszuüben und zum Schluss auch in unserer Region zu bleiben. Mehr als 2000 Besucher und über 120 Aussteller. Das ist wieder ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Schüler der 7. bis 12. Klasse sowie Eltern und Lehrer nutzen die Chance, sich umfassend zu informieren. Dicht umlagert waren die Stände von Bundeswehr, Polizei und Zoll. Aber auch die Industrie und das Handwerk konnten nicht über mangelnde Besucher klagen. Die Kreishandwerkerschaft Harzbode und die Kreishandwerkerschaft Wernigerode sind hier, wie jedes Jahr, bei der BEST 2018 vertreten mit den unterschiedlichsten Gewerken. Sehr, sehr interessante Gewerke mit einem sehr, sehr hohen technischen Anspruch, muss man sagen. Kraftfahrzeug, Mechatroniker zum Beispiel, Elektroniker für Automatisierungstechnik, Elektroniker für Haustechnik. Dann auch die Heizungssanitär- und Klimabranche ist vertreten. Und dann eben auch was im Innenausbau ist, die Maler und Lackierer. Dann Raumausstatter, Bäcker, Fleischer und eine ganz große Breite. Ich glaube, das würde jetzt den Beitrag sprengen, wenn ich alle aufzählen würde. Also für die Jugendlichen und für die Bewerber ist ein großes Spektrum an handwerklichen Tätigkeitsfeldern hier vertreten. Hat das Handwerk Schwierigkeiten, Auszubildende zu bekommen? Ja, teils, teils muss man sagen. Also es gibt Branchen, die sind ganz gut besucht, muss man sagen. Das sind vorwiegend dann eben die Automobilbranchen, beziehungsweise was dann auch so in die Installationstechniken geht. Aber es gibt auch einige Handwerksbereiche, da haben wir doch recht große Probleme, dort für den Nachwuchs zu sorgen. Insbesondere, was denn die Lebensmittelbranche ist, Bäcker, Fleischer, denn auch die sämtlichen Verkaufsrichtigungen, die damit zusammenhängen. Und man stelle sich vor, es ist niemand mehr da, der ein ordentliches Brot backen kann. Und es ist niemand mehr da, der auch gesünde Fleisch- und Wurstwaren herstellen kann und anbieten kann. Ich glaube, da hätten wir eine ganz, ganz große Lücke bei uns in der Versorgung. So weit soll es nicht kommen und da sind wir dran. Der Show-Truck von Billux war ein besonderes Highlight. Die Maler- und Lackiererinnung hatte sich schon vor einem Jahr für dieses international agierende Fahrzeug beworben. Hier gibt es Farben zum Schmecken. Die richtige Farb- und Materialkombination in Innenräumen wird bei unterschiedlichem Licht getestet und an Computern können Fassaden gestaltet werden. Der Beruf eines Malers und Lackierers ist sehr interessant. Es gehört viel mehr dazu als nur das Streichen von Wänden. Im Außenbereich präsentierte sich auch das THW Halberstadt. Die Ersthelfer bilden zwar nicht direkt aus, sind aber dennoch mit ihren modernen Geräten vor Ort. Wir sind vom Technischen Hilfswerk heute hier bei der Berufsfindungsmesse, um technisch versierte oder technisch begeisterte junge Menschen anzusprechen, die sich vielleicht für unsere Tätigkeiten interessieren und das vielleicht mit dem Beruf verbinden möchten. Und die möchten wir heute hier direkt ansprechen und sozusagen für neue Helfer werben. Wir haben natürlich schon sehr spezielle Technik bei uns, große Technik, schwere Technik. Und die gilt es natürlich auch zu bedienen. Dafür brauchen wir fachkräftiges Personal, die wir dann natürlich in einer eigenen Ausbildung, keine Berufsausbildung, aber schon Ausbildung unterweisen. Und dafür braucht man natürlich auch immer interessierte Leute, die das dann auch bedienen. Fahrzeuge, Maschinen, gibt es ja unterschiedliche Technik- und Einsatzmöglichkeiten dann dafür. Ganz stolz sind die Mitglieder des Ortsverbandes Halberstadt auf ihren brandneuen Teleskoplader, der an dem Tag zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zum Einsatz kam. Die Präsentation hat sich auch für das THW gelohnt. Zwei neue Helfer konnten an diesem Tag angeworben werden. Bei der traditionellen Ausbildungs- und Studienmesse der Agentur für Arbeit wurde wieder einmal deutlich, dass alle Jugendliche große Ausbildungschancen in der Harz-Region haben und dass die kostenfreien Beratungs- und Informationsangebote auch von ihnen sehr gern angenommen werden. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt Der Start in das Wochenende ist meist bedeckt von Wolken. Der Freitagmorgen erwartet uns mit Temperaturen von 11 bis 16 Grad. Mittags bleibt die Wolkendecke bestehen bei Temperaturen von 17 bis 18 Grad. Zum Abend lockert sich der Himmel bei 15 bis 17 Grad langsam auf. Nachts ist es nur noch leicht bewölkt bei Temperaturen von 12 bis 13 Grad. Am Samstag ist ein Mix aus Sonne und Wolken zu erwarten bei Werten von 12 bis 19 Grad. Jetzt noch größer, noch schöner, noch besser. Monsator in Wernigerode, Ihr Spezialist für Küchen- und Haushaltsgeräte in der Minzlebener Straße. Profitieren Sie von kompetenter Beratung, Verkauf und Küchenmontage aus einer Hand. Entdecken Sie außerdem die Hausgeräte-Vielfalt bei Monsator mit aktuellen Geräten von Miele, Siemens, Bosch, Gaggenau, AEG und vielen weiteren Herstellern. Nutzen Sie auch den professionellen Haushaltsgeräte-Reparaturservice für Waschmaschine, Kaffeevollautomat und Co. Monsator, Ihr Hausgeräte- und Küchenspezialist in Wernigerode, Minzlebener Straße 43. Sparen Sie jetzt mit den Angeboten aus der Vielzahl von Technik und Zubehör und fragen Sie auch nach den aktuellen Finanzierungskonditionen mit 0% Sollzinsen. Zum Beispiel für das MacBook Air für 899 Euro oder das 15 Zoll HP Notebook für 379 Euro. Oder wie wäre es mit einem HP All-in-One Multifunktionsdrucker in der Aktionswoche für 59,99 Euro. Lassen Sie sich zu diesen und weiteren Angeboten und Produkten gern persönlich beraten. Natürlich im EP-Media-Pack Schubinski in Quedlinburg. Jippie, Jippie, Jippie! Und wieder ein zufriedener Möbel-Müller-Kunde. Möbel-Müller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbel-Müller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Jippie, Jipp! AOK-Versicherte haben's besser und zahlen auch 2018 nur 14,9 Prozent. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalt. Noch nicht AOK-Versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Hotel Stubenberg. Attraktive Lage, frisch zubereitete Speisen, für jeden Anlass das richtige Ambiente. www.hotel-stubenberg.de www.hotel-stubenberg.de Kommt nach Halberstadt und entdeckt unsere Schätze. Disse Sanitätshaus und Orthopädie-Technik. Seit drei Jahrzehnten vereinen wir traditionelle Handwerksqualität und innovative Produkte. Unser Sanitätshaus bietet ein überdurchschnittliches Angebot mit kompetenter Beratung und Unterweisung. Von Pflegehilfsmitteln über Gesundheitsprodukte bis zur Berufskleidung sind bei uns viele Produkte sofort verfügbar. Unser Spezialgebiet ist das Orthopädie-Handwerk. Für jede Anforderung fertigen wir das passende Produkt. Zeitnah und in höchster Qualität. Dafür setzen wir in der Fertigung auf Hightech-Materialien wie Carbon. Besonders bei Carbon-Produkten profitieren unsere Kunden vom geringen Gewicht und stärkster Belastbarkeit. Wir kümmern uns auch um die individuelle Kostenerstattung bei den Krankenkassen. Ob Wartung und Reparaturen in unserer Werkstatt oder der Lieferservice und Hausbesuche mit unserem eigenen Fuhrpark. Wir sind für unsere Kunden da. Disse Sanitätshaus und Orthopädie-Technik. Für Sie nur das Beste. Moderne Technik für die Grundschulen. Quedlinburg installiert die Schultafel 2.0. Unendliche Möglichkeiten bietet diese neue interaktive Tafel, freut sich Schulleiterin Corinna Jahnke und präsentiert diese stolz beim Pressetermin. Den Einsatz im Unterricht können wir leider aufgrund der neuen Datenschutz-Grundverordnung noch nicht mit der Kamera begleiten. So können wir nur im Interview erfahren, welche Erwartungen die Neustädter Grundschule an diese neue Technik hat. Moderne Technik hat Einzug gehalten. Welche Möglichkeiten ergeben sich denn für die Grundschule auf Basis von Internetanbindung und Whiteboard? Ja, uns ist es jetzt hier an der Neustädter Grundschule möglich, dass wir die Kinder in jedem Klassenraum zur Medienpädagogik anregen können. Wir können dieses Whiteboard in allen Fächern einsetzen, insbesondere für Präsentationen im Englischunterricht, im Sachunterricht, aber auch um Kinder zu fördern, die kleine Probleme haben, ob es jetzt im Lesen, Schreiben oder Rechnen ist. Wir nutzen die Whiteboard-Tafel aber auch im außerschulischen Bereich, wenn wir Konferenzen planen oder mit dem Schulelternrat oder dem Förderverein arbeiten. Wie werden Sie damit jetzt die Arbeit starten? Was werden so die ersten Ansätze sein? Die ersten Ansätze haben wir schon hinter uns gebracht. Die Englischlehrerin hat schon eine ganz tolle Präsentation mit den Kindern über die Hauptstadt London erarbeitet. Wir werden im Sachunterricht demnächst über das Thema Wald mit der Whiteboard-Tafel arbeiten. Die Schulanfänger durften ihre feinmotorischen Übungen an der Whiteboard-Tafel schon absolvieren. Und wir Lehrkräfte werden demnächst noch geschult, um noch besser die Tafel bei uns im Unterrichtsgeschehen einsetzen zu können. Ein paar dieser Ansätze demonstriert uns Paul, zeigt, wie man hier schreiben und auch zeichnen kann. Und den Umgang mit dem touchfähigen Bildschirm können Kinder ohnehin. Auch die Marktgrundschule profitierte jetzt von der Förderung, die die Stadt mit Eigenmitteln untersetzte. Insgesamt standen der Stadt 70.000 Euro zur Verfügung und inzwischen hat sie auch so einiges in Projekte für Kinder gesteckt. Das liegt immer im Interesse unserer Stadt, dass wir die Schulen mit der neuesten Technik ausstatten und auch unsere Schulen in einem qualitativen Zustand, guten Zustand halten. Wir haben zwar eine sehr enge Haushaltslage, wie bekannt, aber nutzen dann doch einige Förderprogramme. Wir versuchen immer wieder Möglichkeiten zu finden, um bestimmte bauliche Dinge und auch Technik über Finanzmitteln zu erhalten. Und besonders dieses neue Programm, was im März 2017 gestartet ist, dieses IKT-Programm, hat uns die Möglichkeit gegeben, mit als Erste an der Antragstellung dabei zu sein. Wir haben mit einem Gesamtvolumen für zwei Schulen, Marktschule und auch die Neustädter Schule, in Höhe von rund 70.000 Euro Anträge abgeben können und waren in der glücklichen Lage, durch eine gute Arbeit mit den Schulleitern zusammen im November 2017 dann diesen Bewilligungsbescheid zu erhalten. So konnten wir also nicht nur das Datennetz in beiden Schulen ausbauen, sondern wir konnten auch zwei, jeweils in jeder Schule eine interaktive Tafel, die wir hier im Hintergrund sehen, anschaffen. In den nächsten Wochen soll die neue Tafel möglichst vielfältig genutzt werden und die Lehrer sind sehr interessiert, die neue Technik einzusetzen und werden sich dazu auch entsprechend weiterbilden. Bei mir im Kollegium sind alle Lehrer sehr erfreut, dass wir jetzt dieses neue Medium einsetzen dürfen und können. Die Kinder sind natürlich noch erfreuter, weil man weiß ja, Kinder und Medien, vor allen Dingen Dinge, die an einen Laptop erinnern, das steigert die Schulfreude. Musik Eine klassische Saalkirche der Romanik kann man in der Kirche sehen, in Bernburg-Waldau finden und bestaunen. Die Kirche wurde im 1180 errichtet und beherbergt Bauelemente, die weitaus älter als die Kirche selbst sind. Auch gilt ihr Standort als einer der urkundlich ältesten Orte in Sachsen-Anhalt. Die Kirche ist von Anfang an, also seit 25 Jahren, Bestandteil der Straße der Romanik. Das Besondere hier ist, dass es eine kleine, ja ganz normale Dorfkirche im romanischen Stil, wie sie bis vor 200 oder 150 Jahren hier in der Region sehr verbreitet war. Es gibt noch eine Ähnlichkeit in Altenburg, kann ich auch sehr empfehlen. Ansonsten sind viele dieser romanischen Kirchen abgerissen worden. Vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, es hat verschiedene Hintergründe. Ist natürlich bedauerlich, aber andererseits die Geschichte läuft, wie sie läuft. Und richtet sich eben immer nach dem Zeitgeist. Diese Kirche hat hier etwa, na so 50, 70 Jahre lang, gerade zu dieser Zeit, dass abgerissen wurde, den Dornröschenschlaf gehabt. Dieser Schäferberg war, wie Aufzeichnungen sagen, überwachsen, überwuchert. Das hatte vor allen Dingen was damit zu tun, dass die Eismannlinie eröffnet wurde. Dadurch war die Kirche abgeschnitten vom Dorf. Vorher gab es hier einen zentralen Zugang. Und dass dort, man sieht sie, von hier aus eine neue Kirche entstanden ist, die sich die Gemeinde geleistet hat. Die jüngste Kirche Bernburgs, die sogenannte neue Waldauer Kirche, die nur ausgerechnet auch am frühesten wieder geschlossen wurde, einfach weil es eine Überkapazität war. Und die Gemeinde und ich auch froh ist, dass wir diese kleine, sehr stilvolle, für den heutigen Zeitgeist eben wirklich was Besonderes haben und nutzen. Waldau ist noch gar nicht so lange Bestandteil von Bernburg. Ich glaube, 1888 oder 1887 wurde Waldau erst eingemeindet. Das war ein Dorf mit einer Kirche. Natürlich, wie viele Kirchen, an einem besonderen Ort erbaut, auf dem Stephansberg. Ein schöner, besonderer Ort. Und für die damaligen Verhältnisse von der Größe her angemessen und ausreichend. Das ist eine interessante Geschichte, über die man viel erzählen könnte. Hat viele Umbauten erlebt. Die Kirche war über Jahrhunderte weg, so nach dem Zeitgeist, dass, ich glaube, ein Umbau, der aus dem 16. Jahrhundert stand, da sind die Fenster vergrößert worden. Der Raum wurde heller und lichter, wie man das mochte. Und dann ist sie, ja, Ende des 18. Jahrhunderts ist das wieder rückgebaut worden und die Kirche wurde in ihren ursprünglichen Zustand wieder zurückversetzt. Und ja, wir tun das bis heute. Das heißt, wir erhalten den Zustand, von dem wir meinen, das so ursprünglich mal gemeint worden war. Schon äußerlich hier sehr schön zu sehen. Zwei dorische Säulen mit unterschiedlichen Kapitellen. Das ist ein klarer Hinweis, wie manches andere auch, dass die Kirche einen Vorgängerbau hatte, der abgerissen wurde und bestimmte Teile wurden wieder verwendet. Das war ganz üblich. Und ganz besonders interessant hier das halbe Männchen. Also das ist die Hälfte eines steinenden Reliefs. Abgebildet worden ist ein römischer Lektionär. Vielleicht eine Darstellung der Kreuzigung Jesu. Drinnen gibt es noch Ritzzeichnungen an der Schlusswand hin zum Turm. Auf dieser Seite. Und alles aus Erbauungszeiten. Das heißt gut 800 Jahre alt. Zum Vorgängerbau der Kirche ist leider nicht viel bekannt. Urkundlich wurde 964 über eine ähnliche Kirche auf dem Stephansberg berichtet. Nun pflegt die evangelische Talstadtgemeinde Bernburg das Anwesen und kann auch in diesem Jahr in den Sommermonaten eine täglich geöffnete Kirche präsentieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Proxa Prevent Pur von Proximum. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFA-Teletext ab Seite 301. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. Zwei in eins für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. 2019 wird das Bauhaus 100 Jahre alt. Das Bauhaus gilt als eines der wichtigsten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts und als einer der wichtigsten deutschen Exportschlager. Am Bauhaus Dessau, das weltweit als Ikone der Moderne gilt, wurde das bedeutendste Stück dieser Geschichte geschrieben, die bis heute nachwirkt. Entdecken Sie das kulturelle Erbe der heute noch existierenden architektonischen Zeugnisse dieses Aufbruchs. In Sachsen-Anhalt gibt es so viele original erhaltene Bauhausgebäude und Städten der Moderne wie nirgendwo sonst. In Dessau-Roslau, Halle, Magdeburg, Leuna, Quedlinburg und zahlreichen anderen Orten können Meilensteine besichtigt werden. Die Jahresausstellung im Bauhaus Dessau über Karl Fieger gibt passende Hintergrundinformationen. www.bauhaus-enddecken.de Sachsen-Anhalt. Hier macht das Bauhaus Schule. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Die Mode der 90er ist zurück. Trends der kommenden Saison. Die 90er sind zurück. Zumindest wenn es um die Mode des kommenden Jahres geht. Übergrößen in mehreren Lagen, weiche Formen und Materialien, die sich gut anfühlen. Lange Hosen, weite Kleider. Die Stoffe fallen leicht und locker. Denn bequem soll es sein und Spaß soll es machen. Kräftige Farben strahlen Selbstbewusstsein aus. Neben Lila und Rottönen sticht eine besonders heraus. Wo wir in den letzten Saisons von Millennial Pink gesprochen haben, haben wir jetzt Generation Z Yellow. Man könnte sagen, das wird die Farbe der Saison nächsten Sommer. Eigentlich hatten wir sie auch schon die letzten beiden Saisons sehr, sehr stark. Allerdings wird Gelb immer wichtiger und immer größer und immer stärker. Hier auf der CPM in Moskau trifft sich eine internationale Branche, für die der russische Markt zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die Einwohner der Föderation werden immer modebewusster und öffnen sich zunehmend westlichen Einflüssen. Sicher auch ein Grund, warum europäische Länder wie Frankreich verstärkt Geschäftsbeziehungen in das Land suchen. Man kennt Frankreich eigentlich als Mode-Metropole. Wir haben eine eigene französische Modenschau während der CPM, jeden Tag laufen. Frankreich hat das erste Mal tatsächlich viel, viel Geld in die Hand genommen, um das Image Frankreich und sprich Mode von Frankreich hier in Moskau zu präsentieren. Und das kommt, glaube ich, sehr, sehr gut an. Und so wird ab dem kommenden Frühjahr eine Art romantischer Retro-Stil Einzug halten in die Modewelt. Zunehmend auch in der russischen. Boom für Reisemobile und Outdoor-Aktivitäten. Eine Rekordbilanz beim Caravansalon. Das Traumtourenkino auf dem Caravansalon. Nicht weniger als ganze Lebensträume werden hier angeboten und mitverkauft. Endlich das Traummobil vor der Tür, einsteigen und losfahren. Dahin, wo gefühlt noch niemand war. Oder dahin, wo ich in der Natur Gleichgesinnte und Freunde treffe. All das ist in den großen und kleinen Staufächern der Mobile mit dabei. Versprechen, die immer mehr Anklang finden in Europa. Auf die Messe kamen eine Viertelmillion Besucher. Individualität, Freiheit, Unabhängigkeit. Das ist in viel breiteren Schichten der Gesellschaft mittlerweile attraktiv geworden. Und deshalb kommen immer mehr Leute zum Caravansalon, schauen sich hier um und kaufen auch direkt Reisemobile und Caravans. Ein um 70.000 Euro geben deutsche Käufer durchschnittlich für ein Wohnmobil aus. Die kompakten Kastenwagen sind dabei die beliebteste Variante. Weil alltagstauglich, wenn mal kein Urlaub ist. Und im Urlaub doch voll ausgestattet. Also ein Fahrzeug, das liegt um die 7 Meter, 7,50 Meter, ist ein sogenannter Kastenwagen. Das heißt, als Ursprungsfahrzeug erkennbar. Aber darin ist natürlich auch die Sanitärräume enthalten, eine Küche enthalten, Sitzgruppe, gute Betten. All das sind Faktoren, die sind wichtig für die Käufer. Parallel zum letzten Wochenende des Caravansalons hat auch die Tour Natur Besucher gelockt. 42.000 Naturliebhaber suchten das nächste Outdoor-Ferienziel und die nötige Ausrüstung. Ein Markt, der stetig wächst. Für 2025 prognostiziert das Statistische Bundesamt einen Gesamtumsatz von 2,5 Milliarden Euro. Schon heute setzen Jack Ruskin und etwa Globetrotter pro Jahr dreistellige Millionenbeträge um. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Macht euch bereit für eine dreitägige Riesenparty in Haasleben. Vom 21. bis 23. September lädt die örtliche Kulturschein.